Guten Tag, mein Gott, willkommen zurück zu Yoshi's Island im letzten Part waren wir Welt 4, 7 und jetzt geben wir Welt 4, 8 dem Boss. Superkopas Schloss. Das hört sich doch schon mal scary an, oder? Ähm, wait a moment, I... Oh, fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel. Ähm, how do I do that? Like that? Yes. Okay, fick dich, Spiel mit dem ich mich nicht anlege! Oh, goto, 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 goto! Oh, goto! So, ist nix, gut, weiter geht's, oh, mein Gott. Go! Ähh... Wow, da ist jetzt Kraft. Thanks. Coins! Entschuldigung. Entschuldigung. Pfff... Aaaaah... Los! Mach dein... Zeug! Oh! Fuck! Los! Äh, hoch damit! Go! Spiel da vorbei! Danke! Storm was! Nichts! Das heißt, ich hab mich... Ich hab grad neil verschwendet. Oh, das ist aber was. Ähh... Komm, mach mal hoch damit! Ähm... Irgendwas ist da... Ah, gibt's eine Tür! Eine Tür auf Doom! Eine Tür auf Doom! Und da sind nur Münzen. Okay. Ah, Fug! Oh Gott! Das... Das ist scary! Ist da was? I don't think... Ah, na! Stiegen! Stiegen! Yes! I am amazing! I know everything! Oh, fuck! Das... Das kommt sehr nah an... My baby Maus! Kopf eigentlich! Oh Gott! Hier ist die Sicherheit der Kinder nicht... Hier ist für die Sicherheit der Kinder nicht gesorgt! Okay! Aaaaah! Oh Mann! Ernsthaft! What the fuck! Und hier sind... Zwei rote Münzen! Nur zwei! Ah! All dead for two! Da ist aber was! Wenn ich... Wenn ich treffen könnte! Äh... Geh weg! So! Okay! Ähm... Boom! Einfach nur damit's komplett da ausschaut! Und... Jetzt ist da oben... Etwas drin... Was ich anscheinend... Haben will! Es ist... Noch... Der Stieger? Wow! That's... Something! Blume! Blume! Äh... What's inside there? Ja, okay! Gut! Okay, ja... Da komm ich so nicht... Gut! Ähm... Ah... Oh Mann! Oh nie! Die Pfeile zeigen mir... Okay, da... Super! Ah... Okay... Dann geh ich mal in die Tür dabei! Good! Du 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 du! Du 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 du! Wuhu! Starnies! Ähm... Ei! Gut! Du... Runter! Ich will hoch... Gut! Okay, ich nehme jetzt einen Cobra-Panzer und schaue was da drin ist. Das ist toll. Grandios. And in here is this room. Mit einem Schlösser. Schlösser? Schlösser. Okay. Okay, da ist ein Schlösser. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, jetzt muss ich den Weg nehmen. Dann komm doch mal her. Da hin. Don't do that. Ah, mein Gott. Hashtag Stress. Okay, Schlösser. Gut, zwei Münzen und let's go inside. Der Locked Door. Mein Gott, da war das ein Puzzle. Hopp. Und hopp. Eier. LAKITU. LAKITU. Oh mein Gott, LAKITU. LAKITU verpiss dich einfach. Gut. LAKITU ist ein Arsch. Das wissen wir auch schon seit Mario. Eins. Der angelt sich einfach Baby Mario. WTF? 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 Der angelt sich einfach Baby Mario. Wie Super Mario wird, hm? Okay. Trickshots mit Eiern. Gut, äh. Und jetzt nochmal so was. WTF? Da ist auch der Diplomium und... Up we go! Boss. Und dies ist der Ippischste Builder für einen Boss bis jetzt. Allein dieser Nebel uns da ist. Dann wird der Boden noch kaputt. Grandios. Hey Koopa. Los, Super Koopa. Zeig ihm wie groß und stark du bist. Du bist schließlich kein Umfaller. Okay. Oh Gott. Und das ist schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Das Gesicht. WTF? Wenn man auf seinen Kopf springt, spuckt der Eier aus. Also, ihr müsst auf seinen Kopf zielen. Dann nochmal auf seinen Kopf. Und dann nochmal auf seinen Kopf. Und dann nochmal auf seinen Kopf. Dann ist er auf seinem Rücken. Und dann Aschertake auf seinen Bauch. Und dann macht er einen auf... Scheiße, scheiße, scheiße. Da gehen die 100% des Levels, falls ich überhaupt welche hatte. Geben wir mal ein paar Eier. Ich brauche die. Oh... Ah, fuck. Scheiße. Und ich habe nicht mehr mit dem Kopf. Und ich werde nicht mehr mit dem Kopf rechen. Ähm, bitte. Bitte, bitte. Woah. WTF? Ähm, drehe dich um. Und gib mir Eier. Wieso hat er eine Schildkarte überhaupt Eier? für ETF. Und... Also, da kannst du er noch! Wohoo. Ich mag diesen Sprungbret-Effekt, den das immer hat. Dieses Wuhu. Aufhauen. Ähm, scheiße. Ähm, ähm, scheiße. Was zur Hölle? Komm. Kotz aus. Und, und, und. Iiiiis ist Ver- Brecht. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind nah an Kamek dran, Welt 5, holy shit, jetzt wird es kalt, im nächsten Part, gehen wir als erster Level von Welt 5, Welt 5 1, und brrr, das wird sehr kalt, bis dahin, auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal!